Meine Damen und Herren, mir geht es aber bei diesem Punkt noch um etwas anderes, sehr Grundsätzliches. Es steht nämlich nicht nur für die Kirchen, sondern auch für den Staat und für die Gesellschaft insgesamt viel auf dem Spiel, wenn es um die Rolle und Bedeutung der Religionsgemeinschaften geht. Wir können nicht einfach sagen, wir haben doch ein wunderbares Grundgesetz, das ist unsere Werteordnung, was brauchen wir da noch für Religionsgemeinschaften? Das Konzept der menschlichen Würde ist eben kein empirisches Konzept, sondern eine Norm, wenn man so will, ein fundamentales Wertgut. Und die großen Religionsgemeinschaften, zumal die christlichen Kirchen sind, unglaublich wertvolle Verbündete. Der Staat weiß, was er an den Kirchen hat. Die Kirchen entlasten den Staat durch die ortsnahe und sachgerechte Erfüllung vieler Aufgaben und würden diese Aufgaben nicht von den Kirchen wahrgenommen, oblegen sie dem Staat selbst. Dass wir aufgrund der Sozialitätsstrukturen, auch unseres Bundeslandes, für viele Wirklichkeiten mit aufkommen, die in anderen Staatsorganisationsstrukturen gänzlich staatlich sind, angefangen von den Kindertagesstätten, über die Krankenhäuser, über die Wirklichkeiten, die mit der Pflege zu tun haben, über das Bildungswesen. Die Kirchen bieten schnelle und gute Beratung an, für Menschen, die in Notlagen sind. Schuldnerberatung, Suchtberatung, Schwangerschaftsberatung, Telefonseelsorge, Bahnhofsmission, vieles, vieles, vieles mehr. Das Stichwort, viele danach. Das ist, glaube ich, der Teil, wo wir auch in der Bevölkerung nochmal die große Diskussion darüber hatten, dass eben in einem Krankenhaus in katholischer Verträgerschaft dort eben diese Unterstützung für eine voranländere Grundlage verweigert wurde. Auch aus unserem ureigenen Verständnis her, mit allem, was daraus folgt, gerne in das Gemeinwesen einbringen, in Christentum und Kirche, ist nicht zuerst Privatsache, wie manche von der Religion glauben, sondern von Seiten des Christentums immer auch eine Angelegenheit, die sich menschlich für das Gemeinwohl engagiert und einbringt. Dann ist dieses Konfliktfeld eben staatlicherseits auch zu lösen, indem man staatlicherseits Angebotskuralität schafft. Man muss halt, dass ein staatlicher Träger, kann die Häuser geschaffen und nicht zwingend der kirchliche Träger zum staatlichen Träger notieren. Vielmehr ist Zweck dieser Veranstaltung, das bisher auskömmliche Verhältnis von Staat und Kirche zu festigen und weiter zu fördern. Wie sehen Sie für die Aufrechterhaltung der Konfessionsschule in Rotterdam 2 oder ist das vorhanden über Bekenntnisschulen? Es ist klug, dass es so etwas gibt und von daher gesehen sind wir froh, dass wir es weiterhin haben und werden es auch so unterstützen. Ich finde, die Bekenntnisschulen haben eine Chance. Sie sind an vielen Stellen eine Stärke. Ich finde, dass Bekenntnisschulen, aber keine Schulen sein dürfen, die bestimmte Leute von vornherein ausschließen. Es gibt dann Beispiele, wo es nicht mehr akzeptiert wird. Deswegen habe ich ja diesen Fach bei Geschiedenen und Widerfahrerrat und Sozialarbeiter angesprochen. Heute in der Gesellschaft jeder sagen, es kann doch nicht sein, dass der seine Arbeitsstelle verliert. Wo es Reibungspunkte gibt, die wir auch nicht verschweigen. Einer ist gerade angesprochen worden. Ich werde gleich noch einen zweiten benennen, der die Kindertagesstelle der Finanzierung betrifft, die uns auch ans Waag gehen, weil bei uns die Finanzen genauso klamm sind wie beim Land Nordrhein-Westfalen. Und gleichzeitig es Verpflichtungen gibt, die der Staat selbst eingegangen ist, an denen wir partizipieren, indem wir das uns Mögliche gerne mittragen, aber auch darauf hinweisen müssen, dass das, was momentan an Finanzierungsmöglichkeiten uns geboten wird, für uns schlicht und ergreifend nicht auskömmlich ist, sodass das viele Konsequenzen haben wird. Warum gibt es eigentlich immer noch finanzielle Verknüpfungen und finanzielle Leistungen des Staates an die Kirchen? Warum eigentlich? Ja, warum gibt es jetzt Leistungen? Um nicht irgendwann Konsequenzen ziehen zu müssen, die wiederum dem Land Nordrhein-Westfalen über die Kommunen vor die Füße fallen. Wenn wir nämlich sagen müssen, wenn wir nicht anders finanziell auskömmlich mitfinanziert werden, können wir die bisher getragenen Kinder-Tagesstätten-Einrichtungen nicht weitertragen. Kann das überhaupt sein, dass die Frage war zunächst sehr allgemein gestellt worden, dass der Staat eben auch sich beteiligt, zum Beispiel am Gehalt von Bischöfen und sonstigen Angestellten? Wieso muss eigentlich der Steuerzahl an den Gehältern der Bischöfe und hoher Kirchenfürsten sich beteiligen? Christlicher Glaube verleiht uns Politikern Fundament und Orientierung in unserem Handeln. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass hier im Landtag viele Gäste, werden das nicht wissen, die Kirchen regelmäßig zur Anlacht vor den Plenarsitzungen im Raum der Stille einladen. Und nicht wenige Abgeordnete nutzen dieses Angebot, um vor den Debatten und Abstimmungen noch einmal in sich zu gehen, sich die Verantwortung für ihr politisches Handeln vor Augen zu führen und dabei auch noch kräftig zu singen. Mir tut das jedenfalls gut. Die Staatsleistungen dagegen, die werden von 14 Bundesländern gezahlt. Solche Zahlungsverpflichtungen des Staates, vor allem in der Länder an den Kirchen, die auf Rechtstiteln beruhen, die aus der Zeit vor 1919 stammen. Dass schon in der Weimarer Reichsverfassung festgeschrieben worden sind, dass diese abgelöst werden sollen. Diesen fast 100-jährigen Auftrag, der gilt weiter, der steht im Artikel 140 des Grundgesetzes. Und danach soll der Bund ein Rahmengesetz beschließen und die Länder müssten dann entsprechend zahlen, wenn es zu einer solchen Ablösung kommt. Und das führt natürlich zu Schwierigkeiten. Fast 100 Jahre lang ist inzwischen dieser Verfassungsauftrag nicht erfüllt. Und hier scheint mir immer weniger vermittelbar zu sein, dass es solche Zahlungen des Staates an den Kirchen auch in Zukunft noch gibt. Hier müsste etwas getan werden. Allerdings, Ablösung heißt Beendigung mit Ausgleich. Ganz billig für den Staat. Das wissen alle Beteiligten würde es nicht. Es entstand kurzfristig der Eindruck, es könnte eine Lösung geben. Ich war schon bereit, den Aufmacher meiner Zeitung reklamieren zu wollen. Die Staatsleistungen könnten doch insofern abgelöst werden, als dass den Kirchen für eine längere Frist die Möglichkeit der Steuerbefreiung eingeräumt werden könnte. Und es ist durchaus auf Interesse gestoßen. Allerdings hat man dann gemeinschaftlich den Vorschlag rekonstruiert und festgestellt, dass es im Prinzip keine Steuer gibt, die sich dafür eignet. Das gilt für uns als Kirche und das gilt auch für den Staat. Und das finde ich auch klug, das an dieser Stelle deutlich zu machen. Also eine freundliche Forderung. Ja. Aber freundlich heißt ja, freundlich sind wir ja schon mal, wie Christen sind. Das heutige Verhältnis zwischen Kirche und Staat in Deutschland wurde auf der Grundlage von ja hunderte langen Erfahrungen gestaltet. Gut und stabil gestaltet. Aber derzeit, das ist jedenfalls mein Eindruck, werden die Stimmen lauter, die eine noch striktere Tängelung von Staat und Kirchen, von Staat und Religion fordern. Ich gehöre selbst in etwa 39 Prozent der Bevölkerung an, die nicht in einer Kirche und wir nicht mehr in einer Kirche sind und meine, dass wir ausreichende Möglichkeiten haben müssen, alternative Angebote zu haben. Das gibt es in vielen Bereichen nicht und deswegen ist es sehr wohl, meine Ansicht nach nicht nur und wir haben eine Frage, ob die Kirchen das selber wollen. In den Vorrufspielen immer wieder eine Rolle. Wir haben das Recht an unserer Seite und wir regeln das und nicht der Staat. Ich bin ja an, dass das nicht dann auch der Staat regeln, weil sie als Einzelne dieses Jahr gar nicht regeln können. Wir sehen heute auch deutlicher als früher, dass Staat und Kirche nicht die einzigen Akteure im gesellschaftlichen Miteinander sind. Es gibt Organisationen, Vereine, Gruppen, die mit ihrer Arbeit und ihrem Tun unserem demokratischen Gemeinwesen dienen. Es gibt mehr Menschen, die sich entscheiden, keine Religion anzuführen und wir müssen das respektieren. Es sind mehr, deshalb keine schlechteren Bürger. Das ist mir wichtig. Und es gibt mehr Religionen in Deutschland als früher. Die Kirchenaustrittsgebühr. Die Grünen haben ja beschlossen, dass sie darauf hinwirken möchten, dass die Kirchenaustrittsgebühr abgeschafft wird. Das wird man thematisieren, das ist auch nichts Einiges, aber das wird man dann thematisieren, zum Beispiel 2017, dass wir doch vertreten werden, das rückgängig zu machen oder zumindest deutlich zu reduzieren. Da würde ich gerne wissen, wie denn die beiden Kirchen dazu stehen. Ich muss Ihnen gestehen, dass es eine Kirchenaustrittsgebühr ist. Also 30 Euro. Ich bin doch eine Verwaltungsgebühr. Das kann man erheben. Es ist die Gebühr, die das Land, die von der staatlichen Verwaltung erhoben ist. Es ist keine Gebühr, die wir haben, die wir auch nicht haben wollten, von der wir nichts sehen. Und insofern muss an dieser Stelle der Staat regeln, was der Staat zurückerhoben hat. Der muss politisch entscheiden, möchte er diese Gebühr oder möchte er sie nicht. Das ist nicht unsere Gebühr. Aber wir haben uns irritiert. Das ist eine Meinung dazu. Die Frage war, ob die Kirchen bereit sind, diese Gebühr zu übernehmen, war heute in dem Forum. Ach so. Das ist ja eine interessante Frage. 1,8 Millionen Euro oder sowas pro Jahr. Ich würde immer dafür plädieren, dass der Eintritt in eine Kirche sehr viel leichtgängiger sein müsste. Sie wissen, dass nach theologischem Verständnis gar keiner aus der Kirche austreten kann. Wer getauft ist, ist Mitglied der Kirche. Der Austritt doch eine Schwelle darstellen sollte, nicht finanzieller Art. Sondern vielmehr doch nochmal zu überlegen, also für beide Seiten. Nicht, dass ich jemanden daran hindern will, aber es würde mir helfen. Freundlich sind wir ja schon mal, wie Christen sind. Und das heißt trotzdem nicht, dass wir nicht hartnäckig bleiben. Ich glaube nicht, dass wir auch mal aus der Kirche sind. Doch. Boa! Vorhero. Vielen Dank.